Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute den neuen Sera XS-Feeder vorstellen. Der XS-Feeder ist einer von zwei Futterautomaten in unserem Sortiment. Das Video zum X-Feeder packen wir euch nochmal unten in die Beschreibung rein und auf die Unterschiede zwischen den beiden Futterautomaten gehe ich ganz zum Schluss auch nochmal detaillierter ein. Wie der Name es schon erahnen lässt, ist der XS-Feeder der kleine Bruder des X-Feeders. Dabei ist kleiner Bruder eigentlich der falsche Ausdruck, denn immerhin fasst seine Trommel 150 Milliliter. Ausgelegt ist der Futterautomat auf Granulate, wobei ihr hier natürlich die Qual der Wahl habt. Seien es kleine Granulate, wie zum Beispiel Beta-Kran, Guppi-Kran oder unser ImmunPro Mini, welche hervorragend für kleinere Lebengebärenden, Seimler oder Bärblinge geeignet sind. Mittlere Granulate wie unser Discus ImmunPro oder das Insektenfutter lassen sich natürlich ebenfalls hervorragend damit füttern. Wer es noch größer mag, kann die Trommel auch mit unseren Zichliden-Futtern Granoret oder Granocreen oder schwimmenden Granulaten wie unseren Goldi Color Spirulina füllen. Selbst kleine Wasserschildkröten lassen sich so automatisch füttern. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Installation und den Lieferumfang an. Zum Befüllen entfernt ihr einfach das Podest, zieht die Trommel ab, öffnet diese. Achtet beim Befüllen unbedingt darauf, dass der Schieberegler geschlossen ist, damit das Futter in der Trommel bleibt. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für diese 250 Milliliter Dose Insektenfutter und geben die Hälfte davon in die Trommel. Anschließend wird die Trommel wieder geschlossen und das Gerät zusammengebaut. Mit dem Gerät bekommt ihr zum einen ein Podest zur Montage auf geschlossenen Becken und diese Klammer zur Befestigung an offenem Becken. So könnt ihr den XS-Feeder optimal an eure speziellen Bedürfnisse anpassen. Und je nachdem was ihr benötigt, schiebt ihr den Futterautomaten einfach auf die entsprechende Halterung. Zuvor solltet ihr hier unten allerdings noch zwei handelsübliche 2A-Batterien einsetzen. Um euch die Programmierung so einfach wie möglich zu machen, erfolgt diese automatisch mit dem Einsetzen der Batterien. Genau 24 Stunden nach der Inbetriebnahme erfolgt die erste Fütterung. Wollt ihr zweimal am Tag füttern, müsst ihr einfach diesen kleinen Schieber nach rechts drücken. Mit der Betätigung des Reglers setzt ihr auch gleichzeitig die Fütterungszeit neu. Bedeutet, bei zwei Fütterungen schiebt ihr den Regler zur gewünschten ersten Fütterungszeit auf die rechte Position. Die zweite Fütterung erfolgt dann immer fünf Stunden später. So sind zwei Fütterungen auch bei kurzen Beleuchtungszeiten oder vor und nach einer Mittagspause möglich. Wenn ihr also um 11 und um 16 Uhr füttern wollt, setzt ihr entweder die Batterien um 11 Uhr ein oder ihr schiebt den Regler zu diesem Zeitpunkt auf die rechte Position. Manuelle Fütterungen sind zwischendurch und jederzeit möglich. Dazu drückt ihr einfach auf den runden Knopf mit dem M. Die Futtermenge wird durch die Öffnung der Futtertrommel bestimmt. Hierzu empfehlen wir euch, die gewünschte Menge durch ein paar Testläufe einzustellen. So besteht keine Gefahr, dass ihr eure Fische überfüttert. Und wenn ihr das auf einem Blatt Papier macht, lässt sich das Futter auch ohne Probleme zurück in den Automaten füllen. Aber worin unterscheidet sich denn jetzt der XS-Feeder vom X-Feeder? Im Wesentlichen sind es zwei Punkte, die den X-Feeder dann vielleicht doch noch zum richtigen großen Bruder machen. Zum einen lassen sich bei ihm bis zu vier Fütterungszeiten täglich einstellen und zum anderen ist er auch noch für Flockenfütter geeignet. Ob ihr die zusätzlichen Funktionen benötigt oder der XS-Feeder die richtige Wahl ist, entscheidet ihr. Je nachdem, was besser zu euch passt.